Hallo YouTube, hallo liebe Zuschauer, hallo liebe Abonnenten, herzlich willkommen bei RockpowerTV. Ja, ich bin mal wieder live zu sehen. Lange, lange her. Deswegen mal ein Glück wieder an eigener Sache, in musikalischer Richtung. Weil ich habe mich ja manchmal erwähnt, dass ich Musik mache, dass ich musikalischer Tief war. Ich mache jetzt nur noch DJ und so weiter und so fort. Aber früher habe ich richtig in Vereine und Band eben Schlagzeuge gespielt. Wie gesagt, Musikvereine, Blasmusikvereine im Schwarzwald. Und halt eben Heavy Metal Band gehabt mit 16, 17, 18 Jahren ungefähr. Wir haben damals alles nachgecovert, was damals aktuell war. Das war so von 86 bis 89 ungefähr. Hat aber nichts gebracht, aber war eine geile Zeit, egal. Und dann war ich an einigen anderen Vereinen, wie Google Musik und halt wieder Trommler. Und es gab eigentlich nie Filmmaterial. Wurde nie was aufgenommen und so weiter und so fort. Bis ich letztendlich entdeckt habe, dass mir eingefallen, halt einen einzigen Auftritt gibt es doch. Und zwar von der BKG, das ist eine Benzheimer Kanaasgesellschaft. Da war ich als Trommler. Unsere Gruppe hieß die Landsknechte. Und da ist bei einer Prunksitzung 2011 eben gefilmt worden. Da wurde die ganze Sitzung gefilmt und dann später auf DVD verkauft und so. Und daher kommt der Auftritt. Unsere Gruppe hieß Unheimlich. Ich war damals nur ein Jahr dabei. Da ist dann Umzug. Aber wie gesagt, ich habe da ein bisschen frischen Wind reingebracht. Ich hatte eine grandiose Idee, ein bisschen Rocksachen. Und das haben die auch angenommen. Und habe da was mit den Jungs arrangiert. Und das könnt ihr euch jetzt mal angucken. Wenn euch das Video gefällt, der Auftritt gefällt, dann wisst ihr, Daumen nach oben. Lasst einen Kommentar da, was ihr davon haltet, ob das Schrott war oder gut. Jeden gefällt es wahrscheinlich nicht. Aber ich fand es damit spaßig. Das ist das eigentliche Filmdokument. Muss man in Ehren halten. Und ansonsten lasst ein Abo da. Und jetzt guckt es euch an. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.